Wir sind hier in Tower Michael und wir sind sofort zum Flughafen rüber einkaufen, weil hier gibt es keine Corona, hier gibt es keine Verteuerung, gar nichts. Tschüssi! Und dann kommst du vom Markt zurück, siehst dann aus, Puzzle noch mehr als vorher, klitschnass geschwitzt, aber dafür wird man drauf in Frauen, weil voll die Sonne abgekommen ist, dann fühlst du 36 I, alle Öl 6,5 Grad, alles topper und kalt und heiß. Und nochmal Kino Kartoffeln 1,99 Cent, das zeige ich dir mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 So, nach dem Markt sind wir vor dem Markt und jetzt sind wir hier in Hütte. Endlich mal vernünftige Temperaturen, so sieht man aus, wie man vom Markt kommt. Wir sind spürbar, 40 Grad oder so, mitten in der prallen Sonne. Und morgen werden wir schön braun sein, inklusive ohne zuzumachen. Wir hören einfach. Boah! Boah! Sch